So meine Freunde, wir sind zurück, wir spielen jetzt gegen die ZSK aus Moskau und ich will ein bisschen was an der Aufstellung ändern. Ich will Korea von Anfang anbringen, Pulisic gefällt mir zur Zeit überhaupt nicht. Alleine damit auch die Chemie ein bisschen besser wird, Gil Hamill kommt auch mal, weil Brandt ein bisschen fertig ist, Freikompf für Sané, obwohl das eigentlich schon die Auswechslung, die ich am wenigsten tun möchte, weil Sané echt gut im Spiel ist zur Zeit. Und sonst würde ich sagen, lass dann das so. Mirs und ZSK haben gute Arbeit geleistet, deswegen ist das vollkommen okay für mich. Und dann gucken wir mal, was die drei Neuen frei, Gil Hamill und Korea anrichten können. Aber von Gil Hamill und Korea verspricht ich mir viel. Liebe Zuschauer, es wird nicht mehr lange dauern, bis der Angehörige erlösen wird. PfK, C, S, K, A, Moskau, gegen Jiggy, Jiggy, FC. So, Jimmy hier hat den Ball, schoves auf, frei, freies Rechtsfüßer, deswegen ist der Ball mit auf, rechts. Frei nimmt gute Hämme mit, der, okay, ich halte mir gehofft, dass er runterläuft, schoves, halte aber nicht. Natürlich kann dir auch ein Igor Akin FF nicht die Null garantieren, aber er garantiert dir in aller Regeln alles, was zu halten ist, das halte ich auf. Auf alle Fälle, der bringt alles mit, was ein Team hat. Er hat sich erst bei FIFA gekauft, das ist ein gutes Leben, glaube ich. Aber ich bin nicht bei Real Madrid, das ist wahrscheinlich nicht der. Ist so egal, äh, leider nicht, ich schoves Schenkow. Aber, Moneybender antizipiert das, nimmt keinem frei mit. Kai kriegt wieder den Ball von Frey, der Ball soll nur auf Frey kommen, aber hey. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Da trifft er halt erst den Ball. Der Ball soll besser beurteilen, aber so viel Freiraum auf der rechten Seite. Schalow gegen Bender, Schenikow gegen Bender, die haben immer dabei. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, der Pass kommt genau im richtigen Fall, da steht nicht im Abseits. Jimmy, auf Frey, Gullhemmel, 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 Gullhemmel mit der Flanke, Jimmy. Au, der tut mir. Die Flanke war perfekt. Der Kopfball war absolut scheiße. Die Einstellung stimmt, das sieht man doch, die Spieleanlage stimmt. Die Hände auf Korea. Jetzt müssen Sie das Ding nur noch einer. Auf Jimmy Doppelkosten mit Korea. Der in mir ist mit, mir ist mit der Flanke. Kopfball, Tor, Gullhemmel. Ja, wer auch sonst. Wer auch sonst wäre nicht Gullhemmel. Was ein wunderschönes Tor. Schöne Flanke. Gullhemmel sogar ein Stück zu weit vorne. Kann aber beim Hochspringen noch den Oberkörper zurücknehmen. Kriegt damit nochmal ein bisschen extra Wucht hinter dem Ball. Und da kommt der Toilter noch hin. Oh, Milanoff mit dem Fehlpass. Schoß kommt. Kriegt nicht den zweiten Ball. Betinho. Zes. Zes muss gegen Milanoff. Oh, da wurde es ja stehen gelassen. Aber der legt es da. Hält den Ball. Manni Bender dann auf. Gullhemmel. Jimmy. Gullhemmel. Und wieder Jimmy. Und wieder Gullhemmel. Und jetzt ist keiner mehr da mit dem er passt. Deswegen zieht er ab. Oh, abgefälscht. Boah, der war reingegangen. Ein schöner Schuss. Da hätte er sein Solo veredeln können. Ja, Marco, also nach diesem Super-Solo habe ich eigentlich damit gerechnet, dass am Ende mehr los ist. Ja, ich glaube, der wäre auch ein schönes Spiel von Gullhemmel. Der ist richtig on fire. Der ist Schoß mit der Ecke. Und Kopfball. Ne, abgefälscht. Abgefälscht. Das ist gut für uns. Schoß. Und die geht wieder sonst wohin. Ne, ne, ne. Ecke ist nicht gut. Ich glaube, sie wird vielleicht mal jemand anderes schießen als Schoß. Zumindest die, äh, die, die... Oh, schöne Prinzipien von Jimmy. Ich wollte eigentlich schießen und dann kriegt er immer noch drum. Okay. Der liegt, verliert den Kopfball. Das können... Nein, Seth, passt auf. Seth fordert Gullhemmel, aber fordert ihn bis überfordert. ... Karins freies Einsatz. Freimittiere ... Kamzi münchen. Gullhemmel, auch was machen die denn da? Stichden sich... 3... Nein, ach... was machen die denn da? War mir gemacht? Kurz wie die Reine- Die Bühlenball, die Bühlenball, die Bühlenball wie sich sicher... alter... Ich schieße ja Jimmy an, dass das noch nicht mal abseits war. Wieder geht die Flanke über die Ecke von Cho, sonst wohin. Schkratzer konnte. Oh, aber Mils passt auf. Guilherme. Auf. Korea. Oh, faul. Hey, Shiri. Geil. Oh, und er trifft Korea. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn das? Stehen sich schon zweimal im Weg. Gott will bereich. Kai, aber jetzt sind wir. Wenn wir uns mal kurz Zeit rausnehmen, frei. Jimmy, na, zuweilig. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an die Flanke. Zuweilig. Oh, 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 oh. das ist nicht passiert hier ist hier zu die Hand war aber nicht weit genug hinten Ron geht noch raus der Lupfer war noch nicht mehr besonders stark Ron kriegt aber ich will jetzt über die drei Schüssel vorher die sich gegenseitig mehr oder weniger geklaut an die Torversuche über die Zeit von Anwesenschen Chancen können Prozent wir sind wir haben mit ihm sollte nicht mehr sehen sie müssen zweit der muss aber noch ausspielen vor Augen der Schiri Schoß auf ich wollte dringend die liebsten und wenn es schön sie kann aber kein Euro auch die Kasse Kacke Kultusik hier wird zwei die Händchen gegenüber hey Schalow die Pause was für eine Halbzeit das nicht das war Arschinchen ein Schuss ich hab die leute mal hin zusammen geschissen hier jimmy läuft an korea ich spiel jetzt auch ein bisschen stärker gegen charlotte ok der war kurz da hat gesagt ich hab den ball und dann hat er gesagt hier ein wofür ich nett schoß mit dem ball auf frei treibt den ball nach vorne nimmt es mit es sieht dass so er ist aber nicht ganz so nach weit nach außen abwehrspielern selbst mit dem ball auch frei gut ist das war die scheiß Flanke von es muss den Ball um schön auf was von dir liegt es war schön gespielt im juli das gibt es das gibt es nicht ich hab ihn schon ganz schön geschlagen wird er schon mal bevor ich schon so kam und nicht die in kein zu hoch zum verlieren da muss man die Bänder hin schneller Freistoß keine Karte sie Schuss mit dem Ball eroberung sie obwohl ich stück wurde können werden aber der zweite Mann stoppen Schuss Schuss muss er hinterher bei mir ist klar nicht so Delikt schön gemacht jetzt Köln auf Freie er kann keinen Sinn so etwas in Mandek das ist da hat der Kalk und Kalk nicht die Kopfballen das gibt uns die Möglichkeit auszuwachsen Kultusen bis hin drin das nicht drücken aber aber Zene kommt für frei wenn der Zielsitzung schossen die Flanke auf Brand Oh, gleich schöne Aktion von Julian Brandt, Kopfball geil von der Kineb, Bender, unterdrückt den Konter, Jimmy setzt sich durch, jetzt muss das Tor fallen, schön gemacht, 2-2, schön sieben Laustitz ist begun Ari nicht der kurz sch правильно nein Nein, nein, Runden super gemacht, boah, Schalock, die können sich da aber auch durchspielen mit sonst was. Ja, hätte ich sogar verstanden, wenn das Tor wäre, ne. Nicht mit diesem Keeper. Tjagov kommt für, ich habe mich in den Sinn. Korea hat den Ball, der sieht, der schickt Brand, Brand kriegt den, der Ball, kann auch vorbeigehen, Brand mit dem Schuss, aber ja, von der Kiel. Ach, ich habe kurz gedacht, ich habe den Ball verloren. Gut gemacht, ich habe den Ball schön mit. Kommt zum Abschluss. Schoß mit der Ecke. Ach, das kann nicht sein, dass man ein Vorbeigehen. Ball ist draußen, ein Wurf. NiS, MiS 4. Oh, da geht es dir hinten. Schoß läuft. Schoß läuft weiter. Er macht eine Idee, die hätten die Kumpel machen müssen. Tschoß kommt nicht auf den. Oh, Gott sei Dank, gerade. In der Lage in der Fallschutze zu schießen. CES sieht Brand, der auf Jimmy, der wieder auf Brand. Wo ist Sané eigentlich? Keine Ahnung, der ist nicht vorhanden. Noch nicht zumindest. Cess. Das gefühlt drei Doppelpässe auf einmal. Die Flank kommt auch nicht an. Ja, das würde ich jetzt auch mal machen. Ich werde Hölscher bringen. Und Sané über die Außen, weil Sané ist noch nicht stattgefunden. Und Korea ist jetzt nicht so ein Hinsau. Bis jetzt so nicht irgendwas zusammengekriegt. Das war ein schlechter Pass. Aber Delikt kriegt den Ball. Kai auf Hölscher. Der nimmt Sané mit. Der auf Brand. Brand mit dem... Nein! Mit der Flank! Und Sané... Der stört schon wieder Pfosten! Das kann ja nicht wahr sein! Da habe ich, glaube ich, kurz Galle gespuckt. Gott, nur eins, ey. Zweimal Pfosten. Jetzt auch wir einfach keinen Tor schießen sollen in dem Spiel. Der liegt nicht mit dem Kopf, weil mit dem Schof steht, aber richtig. Spielt aber dann einen absolut grottigen Ball. Schön gemacht von mir ist Hölscher. Kai... Kommt das dann nicht hin? Na, wenn der Spielfeld wieder länger werden wir... Brand! Nein! Irgendwann wird der abgefehlt. Schön gemacht von Sass, Sess. Ah, Mann! Ja. Da muss Ron raus, kriegt den Ball. Ecke! Abschuss, ey? Da ist, glaube ich, von... Ne, das von Ron abgespült. 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 Was ist das denn für ein... Pass bitte, Mann! Oh! Hab das Gefühl, denn die Aufnahmen kann ich nicht spielen, ey. Das ist mit meinen anderen, in meinen anderen Karriere... Meister liegen hier deutlich einigerer. Egal. Geil mit dem Ball gewinnen auf Jimmy. Das ist nicht... Na, ach! Was war das denn für ein Pass? Ja! Schön gemacht! Ja! 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 Jimmy! Jimmy! Der Heilsbringer! Der verdammte Heilsbringer! Der P-Tap-Tap! Oh! Und das alles, nur weil Hölscher nachgesetzt hat. Alter! Leck mich am Arsch, ey! Da eigentlich verliert Hölscher bei dem absolut schlechten Pass. Jimmy und er setzen nach. Der Ball landet vor Jimmys Füßen, der kann den Ball einfach reinmachen. Oh! Alter! Ganz unverdienter Sieg! Aber gut! noch ein die Spannung wenn das schön gemacht unverdient ist dieses Das ist dieser Abpraller, der dann irgendwie von Junis Füßen liegen bleibt und den er dann da rein machen kann. Also, boah, ja, sehr Kampferton das Spiel. Ich habe jetzt, glaube ich, in jedem Spiel Minimum ein Tor reingekriegt. Ich glaube sogar zwei oder 1,8 pro Spiel oder so in den drei, die ich jetzt gemacht habe. Boah, der hat mich auf Arsch, ey. Boah, Spieltag 14, Olympique Marseille trennt sich unentschieden mit dem RSC Anderlecht. Fulham verliert zu Hause 0-4 gegen Fenerbahce. Arsene Müller verliert zu Hause 0-1 gegen PSV Eindhoven. Gerade gesehen, der Jimmy-Jule FC gewinnt 3-2 in der letzten Minute gegen die PFK-CSKA-Montsoir. Mein Gott, Start-Rennen verliert zu Hause 0-1 gegen Galatasaray. Napoli gewinnt zu Hause 3-2 gegen die Pass United. Auf der zweiten Seite sehen wir Norwood. South Norwood gewinnt 3-2-1 gegen K. Der andere ist South Norwood immer noch auf dem zweiten Platz und der ärgste Verfolger von Jimmy-Jule FC. Shakhtar Donetsk verliert zu Hause 1-3 gegen den FC Basel. Ajax Amsterdam putzt Porto 4-1 weg. Turin gewinnt sicher 3-0 gegen Nizza. Benfica und Olympique trennen sich unentschieden. Lenkischer trennt sich auch unentschieden von Besiktas 1-1. Liebe Leute, 12 Siege, 2 Niederlagen. Aber wie knapp die Siege waren. So ein bisschen wie Borussia Dortmund in der Bundesliga-Saison zur Zeit. Hei, 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 leck mich am Arsch, ey. Davy Zaykatsch ist ruhig kalt. Und Zagadou hat den Außenverteidiger gemeint, den Offensiven. Oh, Jimmy wird jetzt die Cobra genannt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Nächstes Spiel gegen Fender Barca. Wir gucken mal in die Trainings rein. Transfervereinungen zu Ucan sind gescheitert. Okay, Transfervereinungen zu Neves gibt es neue. Aber die kann ich nicht kaufen, weil mir das Geld fehlt. Noch ein Sieg. Oh, noch ein Sieg. Wir haben 5 Siege hintereinander. Mal gucken, ob das was wird. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Mal kurz den Team-Status. Alles schön und gut. Da wollte ich hin. Fähigkeiten-Training. Schlitzurigkeit wurde gewonnen. Ah ne, Brand ist da noch im Training. Okay. Was haben wir denn hier? Jimmy hat Positionen. Genau. Offensiver Torhüter ist ja noch am Trainieren. Ja. Alle noch am Trainieren ist okay. Wer hat hier jetzt was gemeistert? Ich weiß nicht mehr, wer was gemeistert hatte. Hm. Das ist blöd. Sehr blöd. Naja gut. Die hier noch alle am Trainieren. Ist auch ganz gut. So, Sarah Du hat, glaube ich, hier was gemeistert. Aber kriege ich noch mal extra offensiv für die Außenbahn. Liebe Leute. Das war ein spannendes Spiel. Das hat Nerven gekostet. Ich wünsche euch was. Teilt, leicht abonniert. Das war so cool. Vielen Dank.